Die Barforum24 TV Barmer Specials werden präsentiert von Zeppeli. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Themenspecials Deutlich leichter als die Vorgängermodelle kommt der neue Axor aus dem Hause Mercedes-Benz daher. Manfred Meier war mitverantwortlich für die Betonmischer-Variante. Im Gespräch mit Bauforum24 TV geht er auf die Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung ein. Sie erleben heute hier auf der Bauma 2010 eine Weltpremiere. Der Axor, unser neuer Leichtbau-Betonmischer. Wir haben hier im Projekt ein Ziel verfolgt. Wir wollten dem Kunden ein Fahrzeug bieten mit 8 Kubikmeter Stutzlast und 32 Tonnen, die nicht überschritten werden. Die Anforderungen im deutschen Markt sind 32 Tonnen Nutzlast, gesetzlich gefordert, darf nicht überschritten werden. Hier gibt es auch zunehmend Strafen, wenn jemand verwischt wird, entsprechend überlädt. Und hier wollen wir eben einen Beitrag leisten, dass der Unternehmer hier voll im gesetzlichen Rahmen seine Arbeit verrichten kann. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben hier eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert und hier ein Nutzlastpotenzial von ca. 500 Kilo realisiert. Markant ist an dem Fahrzeug die erste einzelbereifte Hinterachse. Hier holen wir allein 177 Kilo. Eine Maßnahme, die auch später rückrüstbar ist im Markt, wenn das Fahrzeug veräußert wird, z.B. im Exportbereich. Weiter sehr beeindruckend ist die Mercedes-Benz Power Shift. Hier haben wir eine Strategie verfolgt, seit 2008 auf der IAA zuerst bei den Actros-Baufahrzeugen eingeführt. Wir haben diese Mercedes-Benz Power Shift jetzt auch für den AXO-Betomischer im Angebot. Weitere Maßnahmen sind eine optimierte Kraftstoffanlage mit 200 Liter Diesel und 25 Liter AdBlue. Auch dieses Gesamtpaket bietet einiges an Nutzlast. Weiterhin haben wir Feinschliff gemacht am Federungskonzept, an Unterlegkeilen beispielsweise, an Luftansaugungen, Auftritten etc. Mit diesem Konzept, wie gesagt, realisieren wir 500 Kilo Nutzlast und bieten vor allen Dingen dem Unternehmer wieder ein Fahrzeug an, mit dem er wieder Geld verdienen kann und aus der Krise herausführen kann. Die Bauforum24 TV Barmer Specials wurden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv Hau!! Der Kurs